Hallo Leute, willkommen bei Riss & Lee's Basic Train. Heute zeige ich euch den Leberhaken. Der Leberhaken ist ein sehr effektiver Schlag, weil wenn der trifft, nimmt er eurem Gegner die Luft im Kampf. Und die spezielle Variante des Leberhaken, wenn er den Kopfhaken schlägt, konnte ich ihn damit auch. Wie bei allen Haken müsst ihr auch beim Leberhaken darauf aufpassen, dass ihr die Hüfte eindreht, die Beine mit, also sprich den ganzen Körper, um so richtig viel Kraft umzusetzen. Ich hoffe, ihr konntet wieder was dazu lernen. Übt zu Hause fleißig weiter. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Basic & Train.